Ich sehe alles. Ich weiß alles. Meine Macht kennt keine Grenzen. Und doch ist dein Wille frei, denn du wurdest erschaffen, um frei zu sein. Dies ist der Grundsatz deiner Existenz, ohne den die Prüfungen dieser Welt keine Bedeutung hätten. Es muss dein Entschluss sein, Erlösung zu suchen. Das ist der Grundsatz. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich habe wiederkehrende Träume, große, leere Städte, kilometerlange, verlassene Straßen. Ich sehe die Erde vom Weltraum aus. Und alles ist dunkel. Kein einziges Licht kann mir den Weg nach Hause weisen. Aber wenn jemand wirklich von einer anderen Welt käme, wie würde die Erde dann für ihn aussehen? Wie Wildnis? Eine Einöde? Ich glaube nicht. Sogar nach tausenden von Jahren würde er eine Welt sehen, die von uns in jedem Aspekt ihres Wesens gestaltet wurde. Er würde Städte und Straßen sehen, Brücken und Häfen. Und er würde sagen, hier lebte ein Volk von Riesen. Diese Träume machen mir Angst, aber sie erinnern mich auch, dass wir all das erbaut haben. Die Träume machen mir Angst, aber sie erinnern mich auch, dass wir all das erbaut haben. Die Träume machen mir Angst, aber sie erinnern mich auch, dass wir all das erbaut haben. Die Träume machen mir Angst, aber sie erinnern mich auch, dass wir all das erbaut haben. Die Träume machen mir Angst, aber sie erinnern mich auch, dass wir uns in den Städte von Riesen wiederholfen haben. Die Träume machen mir Angst, aber sie Youngweier machen mir Angst, dass wir ihn nicht mehrmals erreichen, und man sich achtet. Sie derniere Träume machen mir Angst, dass wir die Träume machen können. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018